Guten Abend meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie zur heutigen Ausgabe der Zeit im Bild. Experten zufolge besteht die Gefahr einer neuartigen Krankheit, die den Namen Examen Maturitatis trägt. Die auch als Maturavirus bekannte Krankheit könnte demnächst im Raum St. Paul vermehrt auftreten. Symptome und Gefahrenpotenzial dieser Krankheit sind jedoch weitgehend unerforscht. Begrüße zur ersten Matestunde im neuen Schuljahr. Bitte setzen. Wir beginnen mit einer Wiederholung der Themen aus der siebten Klasse und starten mit der Differenziale. Jetzt kommt der Scheiß schon wieder um. Alter, das gibt es ja nicht, dass die Ferien schon wieder vorbei sind. Ich habe auch so gar keinen Bock mehr. Aber geh, jetzt hört es einmal auf. Was gibt es denn bitte Schädereis als Mathe? Aber Spaß. So, jetzt konzentriert es euch einmal. Bis jetzt war es ja noch einfach, aber die achte Klasse schafft sie mit so einer Einstellung niemals. Warum mir geht es nicht so gut? Hanna, alles okay? Allgemeine Beruhigung in der achten Klasse. Waffa, spät! iminierang. Style. multiplier.. ... ... ... ... ... ... ... Connecticut Da liegt die Patientin. Du, Frau Thomas, ja, was ist denn? Na, ich bin dran. Du, ah, ja. Na, das ist, das ist was. Wiederholen. Was war denn das jetzt? Habt ihr eigentlich was gehört von der neuartigen Krankheit? Weil in den Nachrichten haben sie was gesagt von einem Matura-Virus. Ah ja, stimmt. Da war ja was. Vielleicht hat das damit was zu tun. Die Befürchtungen der Experten haben sich bestätigt. Die ersten Fälle des neuen Virus Examen Maturitatis sind in St. Paul aufgetreten. Weitere sind zu erwarten. Jetzt hat es uns einfach auch schon erwischt. Ah, meinst du echt, dass das der Matura-Virus ist? So, ihr fragt euch jetzt sicher, warum ihr da seid. Es ist leider wahr, das Matura-Virus ist ausgebrochen. Ja, super. Und was soll das jetzt heißen? Ah, nein. Keine Panik. Das wird schon wieder. Klar, derzeit schaut es so aus, als würden vier verschiedene Symptome auftreten. Wie es jetzt weitergeht, wissen wir leider noch nicht. Aber wir geben euch Bescheid, sobald es was Neues gibt. Achtung, Achtung! Es folgen wichtige Informationen. Das Matura-Virus hat unsere Schule erreicht. Schülerinnen und Schüler mit folgenden Symptomen sollen sich unverzüglich beim Portier der Krankenstation melden. Faulencia extrema. Horror febrilis. Schüttelfrost. Bereitschaftsinsuffizienz. Stressus maximus. Maturaphobia. Wiederholen. Faulencia extrema. Alter, habt ihr das jetzt gehört? Können wir uns ja gleich mal überlegen gehen. Ja, ich meine, auch gut, dass ihr das jetzt einmal sagen. Ich glaube, ihr habt das seit acht Jahren jetzt schon. Ja, dann gehen wir gleich mal um, würde ich sagen. Maturaphobia. Danke. Ende der Durchsage. Und was machen wir jetzt? Also, ich muss echt sagen, ein bisschen Angst habe ja schon vor der Matura. Also, ehrlich gesagt, mir geht's genauso. Ja, gehen wir sonst einmal hin. Vielleicht können uns die Lehrer wirklich helfen, die Matura zu schaffen. Also, ich bezweifle das ja eher. Aber wie wir eh wissen, die Hoffnung steht bekanntlich zuletzt. Nächste. Name. Anna-Katharina Emma-Rosa-Marie Henkel. Klasse. 8a. Symptome. Stressus maximus. Nächste. Name. Therese Elisbrunner. Klasse. 8c. Symptome. Alle. Das kann ja noch was werden. Nächste. Name. André. Klasse. Stopp. Wollen wir uns jetzt wirklich melden? Das habe ich mir auch schon gedacht, fahren wir einfach heim. Das mache ich sicher nicht. So wie die Hausführung. Da bin ich ganz eurer Meinung, Mädels. Packen wir es. Hey, schaut einmal. Es gibt neue Informationen zum Virus. Sehr geehrte Damen und Herren, wir haben eine Eilmeldung für Sie. Das Infektionsgeschehen am Stiftsgymnasium St. Paul bezüglich des Matura-Virus nimmt neue Höhenflüge an. Viele Schülerinnen und Schüler werden schon auf Stationen behandelt. Die Ärztinnen und Ärzte sind weiterhin um eine rasche Lösung bemüht. Nein, das wird ja immer schlimmer. Bald wird es uns auch treffen. Ja, so geht es nicht mehr weiter. Da muss jetzt eine Lösung her. Boah, jetzt wird es echt langsam Zeit. Wir müssen uns überlegen, wie wir die Schüler heilen können. Ja, unbedingt. Ich verstehe das Ganze nicht. Jetzt haben wir sieben Jahre ohne grobere Sachen überstanden. Und jetzt sowas. Die Schüler hätten mehr lesen sollen. Dann wäre das Ganze wahrscheinlich nicht passiert. Ja, Gelinde, aber das ist jetzt so und das können wir nicht mehr ändern. Wir müssen eine Möglichkeit finden, wie wir unsere Schüler von dem Virus heilen. Und gemeinsam finden wir eine Lösung. Ja, eigentlich ist das kein Motor. Ja, ich kann mich auch nicht beschweren, aber es wäre schon sehr gut, wenn wir die Matura schaffen würden. Glaubt ihr wirklich, es gibt irgendetwas, was uns helfen könnte? Natürlich, bis jetzt haben wir ja alles geschafft. Na ja, hoffen wir es. Wuschen, es geht nicht so weiter. Wir müssen irgendwas tun. Erstens können wir die anderen nicht im Stich lassen. Und zweitens wird es, wenn es so weitergeht, uns auch bald einmal treffen. Ja, was schlägt ihr denn vor? Ja, irgendwo muss es ja Informationen zur ganzen Krankheit geben. Oder glaubt ihr nicht? Ja stimmt, was sagt ihr, wenn wir einfach einmal in die Stiftsbibliothek aufgehen und schauen, was wir dort haben? Ja, dann suchen wir uns ein paar Leute und gehen wir. Da findet man ja nie was. Heilkunde für Spezialfälle. Ah ja, ich glaub das ist die richtige Abteilung. Was ist denn das? Eigenbrauersyndrom, betrunken ohne Alkohol. Ja, ich glaub da müssen wir jetzt fündig werden. Mensch und Gesundheit? Ja, ich glaub das wird passen. Um den Madura-Virus zu bekämpfen, gibt es nur eine Lösung. Alle Betroffenen müssen sich schnellstmöglich einer Lerntherapie unterziehen. Jawohl, endlich. Gehen wir es den Lehrern sagen. Ach. Das ist nur ein zerstörer Kimmisch. Herr Professor, es gibt keine zu starke Misch. Christina Ali, was braucht es denn jetzt? Ich glaub wir haben was gefunden. Ein bisserl genauer bitte. Ja die Lösung für uns ist ein Problem. Hm. Hm. Hey Leute, habt ihr schon gehört, es soll jetzt ein Heilmittel für die Madura-Krankheit geben? Oh mein Gott, war es echt? Alter, vielleicht ist es dann bald vorbei. Ja man, danach schmeißen wir eine Party. Boah, eine Party nach dem Ganzen wäre jetzt schon nicht schlecht. Ja, da sind wir sowas von dabei. Hey Alter, ich hab schon gehört, jetzt müssen wir so ein Heilmittel nehmen. Dann müssen wir so eine depperte Lerntherapie machen. Und dann können wir schauen, dass wir den Virus überstehen. Was echt? Wer sagt denn sowas? Ja, das hab ich auch schon gehört. Steht in irgendeinem uralten Buch. Ja, super. Und woher wissen wir, dass das kein Träger ist? Der Auto soll eh da schon gar nicht sein, soweit ich gehört hab. Ich glaub da hat Paracelsus geheißen oder so. Paracelsus sagst du? Na hoffentlich wird das was. Die Physikerin ist jetzt gelegen, dass da oben in den zugehörigen Formeln, da seht ihr alle mit Namen geschrieben. Die Formel bitte alle ins Heft schreiben. Frau Professor, wann ist denn das Ganze endlich vorbei? Meins, reiß dich ein bisschen noch zusammen. Ich werde jetzt sehen, das Ganze zahlt sich dann aus. Na bitte lernen. Du hattest alles echt nicht mehr aus. Ja, gar nicht. Hey, wartet einmal. Da fuhren sind unsere Therapieergebnisse. Uiuiui, jetzt bin ich aber gespannt. Ich glaub's nicht. Da steht einfach, dass wir alle der Maturavirus überstanden haben. Ja, Alter, endlich ist der Scheiß vorbei und ihr wisst, was das heißt. Party Time! Monika, Bernd, endlich können wir unseren Patientinnen und Patienten eine gute Nachricht übermitteln. Gott sei Dank haben wir sie da gut durchgebracht. Bernd, sagst du's ihnen? Ah, sehr gerne. Liebe Schülerinnen und Schüler, wir alle haben vor allem in den letzten Wochen eine schwierige Zeit hinter uns. Sie war von schlaflosen Nächten, Kummer und Schweiß, jedoch auch von Spaß, Freude und Zusammenhalt geprägt. Mich freut es sehr, euch mitteilen zu dürfen, dass ihr alle den Virus Examen Maturitatis überstanden habt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, soeben erreichen uns dramatische Neuigkeiten aus dem Stiftsgymnasium St. Paul. Unter den Maturantinnen und Maturanten grassiert ein neuer, gefährlicher Virus. Diagnose Party-Syndrom. Diagnose Party-Syndrom. Diagnose Party-Syndrom. Die Nummer-Metreie-Syndrom. Die Nummer-Metre-Syndrom. We are born again, all in your heart, spend less time in your head. Und er kann jetzt wieder alles zusammenrahmen, natürlich viel. Ich sag's euch, immer neue Patienten, aber der Dreck bleibt der gleiche. Alter, ich hab zu lachen. Soeben ein Neu-blah-blah-blah-blah. Unbedingt. Wir brauchen eine Lösung. Und dann kommt der Witt. Nein, ich hab mal. Entschuldigung, mein Wartel ist ja jetzt nicht gewesen. Das ist schon gut. Aber ist Nachwart. Stopp! Ich bin ein bisschen excited. Was muss ich noch? Ah, so, das in die Kamera. Das Matura-Video... Ach, das Matura-Video. Oh, ich hab Siegel. Ich hab Siegel. Ich hab Siegel. Du musst noch mal aussuchen, oder geht's? Das geht nicht. Nehmt neue... ...problematiken an. Das Infektionsgeschehen des Matura-Videos, ja. Was? Mit dem Video, das Virus. So, jetzt konzentrierts. Ach, so lock. Ich hab jetzt... Ich schau ihn nach vorne. Bauch liegt. Oh, vielleicht hab ich noch mal ein Trist am Bauch liegen. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur heutigen Ausgabe der Zeit im Bild. Laut Experten... Aus. 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 鐘